Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt, dass es in Haran keine Überlebenden mehr gibt. Bis zu den Bombenangriffen wird es jetzt nicht mehr lange dauern. Ich muss der Glut dabei helfen, eine Nachricht an die Außenwelt zu schicken. Wow, hoho, toll, dass ich jetzt erkannt bin. Aber GG. Ah ja, es ist dunkel, der ist tot und ich habe diverse Frame-Einbrüche und gerade habe ich noch Just Curse 2 gespielt und will ständig abheben aus meinem Haken. Weiß da was? Ist da mein Freund? Oh, Alter. Ich war auch. Achso, da seht ihr ja wohl das Licht nicht, dass ihr gerade gegenleuchtet. Was nix ist, was soll sein? Pst. So. Äh, was durchgehend im Inventar? Warten wir mal schnell. Äh. Warten wir mal schnell. Wolfstein ist ein bisschen blöd. Hm. Wer mit dem Wolfstein kann ich das machen, weil wir dafür vier flu... 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 flurenzierende Pilze fehlen. Ich kann das Wort nicht aussprechen, tut mir leid. Äh. Ich glaub, der wird schon... Okay, ich wollte eigentlich nur viel machen, dann wurde ich escape drücken, aber ich habe, stattdessen Enter gedrückt. Wird natürlich... Äh... Wer ist da? Cool. This man is on fire. Was ist da? Komm mal hin zu all schnell. Hättet ihr wieder gemacht. Oh, hab gleich zurück die ganze Zeit stehen. E statt F. Äh... Ich wollte eigentlich... Naja. Lassen wir das mal so stehen. Ich bin runtergesprungen... Und hab Schaden. Lass uns doch mal so stehen. Äh... Was haben wir hier? Uh... Geiles Havala. Verrisset. Mir zu schnell. Könnt ich endlich nicht schlafen gehen? Und wir begeben uns in die Büroräume, wo wir das letzte Mal so wunderschön... Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt. Das kennen wir schon. Das letzte Mal so wunderschön... ...sindverkackt haben. Ich weiß gar nicht, soll ich das mal auf dem Platz stehen? Ich mein... Ich mein... Hey, du da! What? Da ist nicht... Was ist denn der Scheiß? Ich hab' den Bastard. Wir töten dich. So, wir sind äh... Special Sward... ...Soldat. Wir können dir alle easy umnieten. Easy-peasy umnieten. Jetzt kommt die Musik. Jetzt hat sie aber ein bisschen verspätet. Oh, elektronisches Bauteil. Oh, elektronisches Bauteil. Aha, mhm. Was wissen? Ich bin... Ich hab... Prison Architekt gespielt. Und das ist ein Gefängnis. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Äh, das nimmt man mit. Und das nimmt man mit. Wir können eh nicht alles mitnehmen. Aber Polizei-Gewehr ist auch viel wertvoll. Und ein sehr bekanntlich... Fast ein Tod. Ne, doch alles in Tod. Oh, das... Ne, das ist nicht. Der auch nicht mehr. Haben wir hier drin... Äh, Wurfmesser. Die weg. Die müssen weg. Oh, da hat das Gewehr. Ich dachte, es liegt unter ihm. Äh. Oh, da hat mich jemand von hinten reingedrückt, habe ich gehört. Hä? Was hat denn der geschluckt, bitte? Ich glaube, der ist Franzose. Where am Pitch? Where am Pitch? Kandale im Büro. So laufe ich auch immer in die Arbeit rein. Genauso gehe ich zu meinem Chef. Zähne. Oh, das kann ich auch. Jetzt ist er voll. Ich fahre aus in die falsche Richtung. Er ist mal irgendwo auf dem Boot geschossen. Ich habe auch gerade noch krank, dass er gespielt. Ich schaue mal gelegentlich an die Uhr. Ich habe nicht viel Zeit. Loll. Das wird eine relativ kurze Folge, muss ich heute mal zugeben. Das wird eine sehr, sehr kurze Folge. Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt, dass er keine Überlebenden mehr gibt. Miau. Also, das kann passieren, wa? So, erstmal Licht an. So, wir nehmen mal flat hier. Haben wir was drin? Wir können auch den wechseln. Kopfkartier kann man aktuell an. So, wieso gibt es denn hier kein Deutsch? Was soll denn das? Es gibt alles. Es gibt alles, ne? Es gibt Saudi-Arabisch. Es gibt Schottland. Es gibt Neuseeland. Jamaika. Sogar Frankreich. Es gibt diverse EU-Länder. Auch Argentinisch gibt's. Aber es gibt kein Deutsch. Wieso gibt es kein Deutsch? Weil das indiziert ist, oder was? Das ist aber rassistisch. Das ist Diskriminierung. Was macht man denn? Was kommt eigentlich Österreich? Sogar Walisisch. Wales. So ein Miniland in Großbritannien. Aber kein Deutschland. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Mach mal Österreich. Ist immerhin somit das nächste. Einfach mal... Einfach mal damit man überhaupt was haben, was ein bisschen Abwuchslung ist. Ich muss auch sagen, Kyle Crane ist ein österreichischer Name. Also... Kommt so gut in die Sprache. Und das war jetzt eigentlich mal so ein... So ein Running. Das wir gerade gemacht haben. Einfach um die letzte Folge aufzuholen. Die ich glaube 30-minütige... Nein! Okay. Ich sollte vielleicht immer checken, ob ich... ...dass hier Wurfstern schiebe. So. Ich hoffe mal, wir können den knacken. Und eine teure Waffe raussuchen. Alter. Oh, da kam was. Ach, halt's Maul, Oma. Keine Zeit für dich. So. Äh. Nee. Nee. Ist doch irgendwo in dem... Ja, hier war. Oh, der hat sich gerade einfach mal das Schloss ausgetauscht. Da oben. Jetzt geht doch. Der Ritter geht schon mal immer. Das Sturmgewehr ist leider nicht so teuer wie das Polizeigewehr. Das Puzzorgewehr macht halt auch mehr Damage. Und ist halt... ...ne Präzisionswaffe. Aber sogar nur mit einem. So, nur ein Mediket davon müssen wir verwenden. Das ist dann nicht... ...äh... ...sparsam. So, normalerweise müsste da... ...laut Amerika... ...in... ...hier in jedem Ding... König! Äh, ne Schrotfunze. König, geil! Geil, wir haben einen König. Der wertvollste aller Mods. Weil der einfach zwei... ...punkte... ...punkte... ...äh, von allen Eigenschaften. Also Haltbarkeit, Schaden... ...hat was noch? Reichweite. Einfach alles... ...auffrischt. Das hat sich gelungen. Das hat sich gelungen. Das Puls hat er noch zu knacken. Ich hab mir... ...neine Schmerzen. Wow, Zerstörer. Der wertvollste... Das ist der wertvollste... ...das ist der wertvollste, muss ich denn sagen. Das ist der wertvollste... ...und ich's Tor unterdrehen. Wir fangen zu... ...im Prinzip mal gar nichts... ...außer die Flüssigkeit. Hey! Ich will dich nicht schlagen, mein Sohn. Aber... ...ich hab gesagt... ...ich will ich nicht schlagen. Ohne die Suppressiva... ...überleben wir nicht, weil die kommende Woche... ...da. Ach, Halsmaul hier. Hier. So, Schluss mit euch. Was sagt denn? Ach, schon mal hier oben. Und gleich das nächste. Wunderscheiß. Einfach mal hier. Wohl, nee. Mach mal das mal. So. Ähm. Geld braucht man eigentlich nicht mehr. 800, 47.160 oder irgendwas. Oh. 14.1601. Maul. So, ähm. Öffnen. Oh, shit. Kommt noch ein König. Hier ist es meistens so Schmuck oder so. Willowzeug drin. Ob man verkaufen kann. So, das ist schwer. Das ist trotzdem ein bisschen wie Ultraschwer. Was ist das? 828. Wer braucht denn sowas? Müll ist immer da? Ich bin mit Kallen. Ich bin auch immer. Ach, erstmal E. Ich drücke mal E. Wenn ich F drücken muss. Wenn man auf dieses Geräusch. Dieses komische. Äh, Geräusch. Als würde irgendwo Blut fließen. Wenn man das. So eine Verschriftung. So. So. Als wäre das einfach so ein Haufen Leichen hinter der Tür. Ist mir so ein bisschen. Oh, oh, oh. Was war los? Natürlich. Wir müssen ganz logischerweise. Hier hinten. Rein. Und dann durch diesen langen Gang. Ja. Gut. Was ist denn jetzt, Hanson? Richtig. Kann ich ihn eigentlich? Okay. Dann hängen oder? Okay. Ich will. Ich nicht. Ich will. Ja. Ist eigentlich ganz geil zuzuschauen. Muss ich sagen. Oh, shit. Oh, der kämpft aber lang. Sind alle auf mich fixiert. Das ist das Problem, naja. Da macht man nix, wa? Die Radiostation B treten. Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt. Ja. Das haben wir schon 17 Mal gehört. Ach, wie soll ich das machen, wenn es leicht geht? Oh, was ist denn da vorne? Oh, was ist denn da vorne? Was sehe ich denn da vorne? Oh, was ist denn da vorne? Oh, was ist denn da vorne? Oh, was ist denn da vorne? Ich glaube, da vorne. Alte Wattencreepy, Klaas. Was so geht das hier? Ich hoffe, dass man nur das Gasgeräusch gehört. Ich dachte mir gerade eben so. Oh! 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 Äh... Das ist übrigens nie passiert. Wir haben ein bisschen Opfiges. Das kann aber... Komm! Challenge! Ja, wie hast du so schön... Äh... Schenklich. Don't care. Don't care. Don't care. Oh, das sah... Oh, das sah... Oh, das sah gerade mega aus. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, wo schieße ich hin? Oh, das ist mit meinem Aim los. Das geht nicht. Das gelang zu mir zu kriminell war. Ich bin aufgeregst. Und ich bin... Ich bin... Und ich bin... Ich bin... Und ich bin... Komm, jetzt noch einen glatten Headshot. Glatten Headshot, glaube ich. Oh, hier ist eine wunderschöne Kiste, die ich mitten im Gefecht aufmachen muss. Er kämpft mich inzwischen. Später vergesse ich sie noch und da würde ich ja niemals dieses wunderschöne Stück vom Baseballschläger willkommen. Der Mango ist geflogen. Oh, hier ist noch ein Verbandskasten mit einem Müll drin. Ich lasse hier mal das Licht an, YouTube würde ja sowieso alles ein bisschen dunkler konvertieren. Oh, ich muss das aberlen. Und auch dieses wunderschöne Stück von Zebra-Machete muss der Welt privat werden. Davon nicht einfach so ignorieren. Oh, das kann ich auch mal. Das kann ich auch, wacht um, hier, acht Brandenburg-Sterne. Erstmal, Green Dead. Wolke Siebert, was ist das eigentlich? Ach, für Schwererlösen. Die nutze ich je nicht. Ich mag keine Schwererlösen. Die schlagen einfach zu wenig. Selbstgebaute oder Schrappen? Aber eine... Ach komm, selbstgebaute. Selbstgebaute kann dann nie was schief gehen. Das ist genau wie selbstgepanschter Alkohol. Der ist gesund. Nicht gesundheitsgefährlich. Ist jetzt rein gerannt. Wow. Ich wäre gerade nicht sicher, ob das einer war. Alter. Ich tue mich ein bisschen zufeiern. Oh, eines hat sich in die Granate rein. Watten, Wongo. Oh, anstatt mehrere. Oh, ich habe hier nur zwei erschossen. So, okay. Jetzt hänge ich gerade ein bisschen fest. No, Signal. Gibt's nicht. Jetzt sieht es gerade zu geil aus. Ich finde, ob das Ding vor der Tür hier liegt. So, und jetzt geht's back to the Altstadt. Und das Autor. Das Ministerium hat den Rest der nicht der Volkheit davon überzeugt, dass in Iran keine Überlebenden mehr gibt. Ja, ja. Und alles gebombt. Das wissen wir. Haben wir schon 20 Mal gehört. Alles in Ordnung? Ihr werdet eine lange Zeit lang keine Orangenwesten mehr sehen. Du hast es geschafft. Ich sage allen Bescheid. Danke. Ja, die Müllmänner sind weg. Ich meine, äh... Okay, da hat man Glück, dass das war, weil ich habe wieder die Granate ausgerüstet. Ich habe natürlich wieder so richtig Mongo geendet. Das wäre vielleicht so ein kleiner Fehler, ich hätte nicht machen sollen. Und, äh... Mir ist nicht aufgefallen, dass ich meine... und Quarantination entdeckt. Wow. Ich konnte mir so Geld zerteilen. Das weiß ich nicht. Hat von der Zeit. Oh shit. Oh shit. Machen wir hier mal. Okay, die Folge wurde doch halt ein bisschen lang. Na, komm her. Oh shit. Hier ist das. So, da schraubt man eine Bühne rein. Da schraubt man eine Bühne rein. Oder was das ist. Oh nein. Oh. Oh. So ein Arsch, Alter. So ein Arsch. Ich dachte, ich würde da jetzt drauf gehen. Ich wollte erst mal rausschlagen, dann habe ich mich noch ganz schnell zurückgezogen. Ja, und, äh... Ich wollte sagen, nächste Folge geht es weiter in Let's Play Dying Light. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.